Es geht darum, wie das neue Jahr ein gutes Jahr wird. Amen. Du hast dein Herz geöffnet für den Herrn. Du hast dein Herz geöffnet für den Heiligen Geist heute Morgen. Du hast ein offenes Herz für Gottes Wort heute Morgen. Amen. Wie wird das neue Jahr ein gutes Jahr werden in unserem Leben? Wie wird dieses neue Jahr, falls du nicht so ein gutes Jahr hattest, wie wird dieses neue Jahr besser werden? Halleluja. Als das vorgehende oder vorliegende. Schau dir das an. Im dritten Mose, 26. Kapitel. Steigen wir mit dieser Stelle hier ein. Dritte Mose, 26. Kapitel. Und ich lese Verse 9 bis 10, 26, 3. Mose, 9 und 10. Könnt ihr es sehen? Gut, wunderbar. Im Vers 9 sagt er. Und ich will mich zu euch wenden. Halleluja. Ich will mich zu euch wenden und euch fruchtbar machen. Und euch mehren und meinen Bund mit euch aufrechterhalten. Jesus hält den neuen Bund aufrecht. Der neue Bund ist durch Jesus aufrecht gehalten. Und er sagt, ich will das tun. Halleluja. Und dann sagt er im Vers 10, Und ihr werdet von dem Vorjährigen essen und das Vorjährige wegen des Neuen wegtun müssen. Halleluja. Ihr werdet zwar noch vom 2013 Büchsen haben in eurem Essenschrank. Aber da werden so viele neue Bohnenbüchsen kommen. Im neuen Jahr. Dass man einfach, es wäre schade, wenn wir das neue Umkommen liessen, wegen dem Alten. Wir sehen hier das Herz Gottes. Er hat das nächste Jahr so für uns geplant, dass es etwas Neues sein soll. Dass es etwas Frisches sein soll. Dass das Neue das Vorgehende überragt. Dass das Neue grösser ist als das Vorgehende. Dass das neue Jahr besser ist. Dass es mehr ist. Weil er will uns mehren. Halleluja. Und dass es fruchtbarer ist, das Neue. Kannst du Amen sagen? Der Punkt ist der, Gott hat diese Dinge für alle Menschen vorbereitet. Aber es ist unsere Zuversicht. Und es ist unser Glaube, der Zugang hat zu dieser grossen Gnade. Und deswegen, das Einzige, was ich heute Morgen und nächstes Mal tun will, ist, ich möchte dich positionieren in der Position der Erwartung. In der Position des Erwartens, dass das Neue, das Kommende grösser, besser, fruchtbarer ist als das Vorjährige. Halleluja. Halleluja. Dich positionieren. Weil unser Glaube streckt sich danach aus. Siehst du, Jesus sagte, dir geschehe gemäss deinem Glauben. Wenn wir nicht in der zuversichtlichen Erwartung sind, dass etwas Gutes von Gott kommen wird, in der Zukunft, dann geschieht uns nicht gemäss unserem Glauben, sondern es geschieht uns gemäss unserem Unglaubens. Wenn wir aber zuversichtlich erwarten, geschieht es gemäss unserem Glaubens etwas Gutes nämlich. Halleluja. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass er möchte, dass wir von ihm das Beste erwarten. Denn dann wird das Beste auch kommen. Dann wird das Gute kommen. Wenn wir nur Negatives erwarten, dann ziehen wir Negatives an. Aber wir wollen das Gute vom Herrn. Halleluja. Weil mit Negativen haben wir nichts mehr zu tun. Gott hat den Fluch aufgelöst. Halleluja. Er hat ihn in Jesus Christus ans Holz genagelt. Nun, die nächste Stelle, die wir miteinander anschauen, das ist einfach zum hiervorlegen, damit wir nachher ein paar wichtige Dinge noch anschauen können, als Vorlage. Epheser 2, Vers 10. Okay. Also das war das Erste. Ritter Mose. Und jetzt Epheser 2, Vers 10. Halleluja. Schauen wir mal, was er sagt. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Siehst du, ist alles vorbereitet für 2014. Alles ready. Halleluja. Alles vorbereitet. Hör mir gut zu. Der Ferienflieger wartet am Gate auf dein Einsteigen. Amen. Aber du musst Check-in machen. Und nicht Check-out. Der Ferienflieger wartet. Er hat es bereits vorbereitet. Hast du gewusst, dass du gar nichts vorbereiten musst für das neue Jahr? Amen. Das Einzige, was du tun musst, ist erwarte es. Erwarte das Gute. Erwarte das Neue, das er vorbereitet hat. Und siehst du, das Wort gut findet sich in diesem Vers. Gute Werke. Gute Dinge. Gott hat Gutes für dich vorbereitet. Und dann sagt er sogar noch, damit wir in ihnen wandeln sollen. Es ist sein absoluter Wille, dass wir all das, was er für uns bereithält im neuen Jahr, dass wir es erleben, dass wir darin wandeln. Und dass wir es kosten. Halleluja. Sein absoluter Wille. Perfekter Wille Gottes. Also, wir sehen hier ein paar grossartige Dinge. Nummer eins. Er hat uns erschaffen für 2014. Du lebst für dieses nächste Jahr. Deswegen bist du geboren, wegen dem nächsten Jahr. Halleluja. Du bist seine Schöpfung. Du bist geboren worden. Du bist kein Unfall. Du bist kein Zufall. Sondern du wurdest geboren für dieses kommende, grossartige neue Jahr. Halleluja. Er hat dich erschaffen. Der Mensch ist nicht erschaffen im Mutterleib von Mama und Papa. Mama und Papa sind höchstens die natürlichen Zeuger. Aber erschaffen hat dich Gott. The creation kommt von Gott. Deine Eltern haben dich nicht erschaffen. Die haben dich lediglich gezeugt. Gott hat dich erschaffen. Und er hat dich für genau dieses kommende Jahr erschaffen. er hat dich auch für das letzte oder das noch, wir sind noch im 2000, er hat dich auch für dieses Jahr erschaffen. Aber das ist das, was wir sehen müssen. Siehst du, je mehr wir erwarten, je mehr wir zuversichtlich diese Hoffnung in uns tragen, desto mehr geschieht uns gemäss unserem Glauben. Halleluja. Also, er hat dich genau für so eine Zeit, wie sie jetzt ist, er hat dich geschaffen. Und zwar hat er dich erschaffen in Christus. Halleluja. Jesus ist der perfekte Mensch, den Gott suchte. Er brauchte nämlich nur einen. Gott braucht keine perfekten Christen. Er braucht nur einen perfekten Christ. Und dieser heisst Christus. Amen. Gott braucht keine perfekten, vollkommenen Menschen. Er braucht einen perfekten, vollkommenen Christus. Und in diesem Christus ist jetzt der Mensch vollkommen und perfekt. Halleluja. Deswegen sage ich immer wieder, wenn Gott dich anschaut, dann sieht er Jesus. Halleluja. Gott sieht deinen Avatar. Okay, ich bin wieder zu fest in Hollywood. Aber was sieht er? Er sieht den Christus in dir. Halleluja. Und darin hat er Freude. Deswegen ist es überhaupt möglich, dass er dich so segnen kann. Halleluja. Dass er dir immer gütig und gnädig gesennt sein kann. Halleluja. Weil er dich genauso liebt wie seinen Sohn. Halleluja. Johannes 17. dass sie sehen, dass sie begreifen, dass du sie liebst wie du mich liebst. Halleluja. Hast du gewusst, dass er dich genauso liebt wie er Jesus liebt? Nicht mehr, nicht weniger. Genauso wie er Jesus liebt. Liebt er dich. Also sieht er immer Jesus. Halleluja. In uns. Und genau das möchte er. Er möchte genau das tun. Er möchte, dass auch wir konstant Jesus sehen. Halleluja. Ich habe das letzten Sonntagabend kurz gebracht. Parat für eine ganz frische, frisch ab der Presse. Grossartige Offenbarung aus Gottes Wort. Das ist nicht in unseren Notizen jetzt für die Regie da hinten. Zweiter Timotheus. Zweites Kapitel. Wir lesen ab Versacht. Und dann lesen wir einige, einige Verse. Gott sieht dich in Christus und er möchte, dass du dich genauso siehst in Christus. Okay? Er möchte, dass du dich mit Jesus verteidigst und nicht mit irgendjemand anderem. Er möchte, dass auch du dich spiegelst im Worte Gottes. Im Logos. Und Logos ist die Person. Die Person Jesu. schau an, was Paulus sagt. Er sagt, halte im Gedächtnis. Das ist das Ding zwischen den Ohren. Halte im Kopf, halte im Gedächtnis deine grossartigen Leistungen. Halt im Gedächtnis, wie smart du bist. Wie clever du agiert hast dieses Jahr. Genau, das ist der rote Knopf. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Und das ist eine andauernde wiederholende Handlung. Jesus permanent in der Gegenwart, in der Zukunft, im Gedächtnis zu halten. Ihn konstant da zu haben, vor unseren Augen. Denn er ist der perfekte Mensch. Halleluja. Er, siehst du, das ist Verwandlung. Denn wenn ich Jesus im Gedächtnis habe, dann komme ich automatisch in meinen Verhaltensweisen ganz unbewusst und mühelos komme ich mit meinen Verhaltensweisen in die Fahrbahn Jesu. Weil dann wird es nicht mehr eine Frage, was würde Jesus tun, sondern es ist da, weil ich an ihn denke. Willst du die Frage sich ständig stellen, was würde Jesus tun, ist Verhaltensveränderung. Aber die Frage, ihn Jesus Christus aufzuheben und zu haben, das bedeutet, ich werde automatisch an ihn denken, was würde er tun und das übernimmt mein Wesen. Das übernimmt mein Benehmen. ich komme völlig mühelos dort hinein und mache das, was er machen würde. Wenn ich einen Konflikt habe mit einer Person, dann würde ich mühelos einfach das tun, was Jesus tun würde. Und manchmal war er auch etwas streng zu den Leuten. Aber es braucht die richtige Zeit, um streng zu sein. Das hier ist unser Problem. Wir sind meistens in der falschen Zeit streng. dann, wenn wir gütig und gnädig und barmherzig sein sollten, sind wir streng. Und in dem Moment mache ich das automatisch aus dem Innern heraus. Es geht um seelische Transformation, um geistliche Transformation und nicht um Verhaltens Änderung. Also halte im Gedächtnis Jesus. Ihn im Kopf haben, weil Gott hat ihn im Kopf. Gott hat Jesus im Gedächtnis. Gott sieht, wo überall er auch hinschaut, sieht er Jesus. Halleluja. Wo immer er hinschaut, sieht er das Erlösungswerk Jesu. Deswegen ist Gott nicht zornig auf die Welt. Gott ist nicht zornig auf die Menschen. Gott ist nicht zornig auf Menschen auf dieser Erde, sondern wo er hinschaut, er sieht Jesus. Und er möchte, dass wir dasselbe tun. Und Paulus bringt es auf den Punkt. Genau das sollten wir tun. Haltet im Gedächtnis Jesus Christus. Aus dem Samen David sagt er, der aus den Toten auferstanden ist, und jetzt macht er eine interessante Aussage, nach meinem Evangelium. Okay? Nach meinem Evangelium. Offenbar gibt es fünf Evangelien. Halleluja. Sein Evangelium ist nämlich auch ein Evangelium. Okay? Gibt es nicht nur Matthäus, Lukas, Markus und Johannes, da gibt es auch das Paulus Evangelium. Okay? Somit gibt es fünf. Und dann sagt er, Vers 9, der nächste Vers, er geht weiter und sagt, in dessen Dienst ich leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Wir haben Herausforderungen und Herausforderungen werden kommen und trotzdem, Halleluja, es ist ein gutes Jahr und trotzdem bedeutet es, ihn im Gedächtnis zu halten. So werden die Herausforderungen in seine Hände transformiert, in seine Hände übergeben. Wir versuchen es nicht selber zu lösen. Und dann sagt er aber, das Wort Gottes ist nicht gekettet. Ist das nicht wunderbar? Man kann Menschen binden, aber man kann Menschen äusserlich in Ketten legen, aber innerlich, wenn man das Richtige im Gedächtnis hält, ist man frei. Der Mensch ist frei, wenn er das Richtige im Kopf hat. Denn das Schlachtfeld findet in den Gedanken statt. und dort ist man oftmals gebunden, dort sind Menschen oftmals gebunden, weil sie ein falsches Denkmuster haben. Hier ist das Richtige, halten im Gedächtnis Jesus. Und dann sagt er weiter, nächster Vers, er sagt weiter, Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Vers 11. Glaubwürdig ist das Wort. Jetzt beginnt er etwas aufzuzählen. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Kommt dir das bekannt vor? Das finden wir auch im Römer 6. Das ist unsere Identifikation in Christus. Wir sind mitgestorben. Wir sind mitbegraben. Wir sind aber auch mit auferweckt und mit auferstanden. Kommt dir das bekannt vor? Das ist die Identifikation, die wir haben in Jesus Christus. Und genau das müssen wir im Gedächtnis haben. Genau diese Dinge sollten wir im Gedächtnis haben. Und dann sagt er, gehen wir nochmals zurück, er sagt, wenn wir mitgestorben sind, genau, so werden wir auch mit leben. Halleluja. Wir werden mit leben. Also hier macht er einfach Römer 6 in der Kurzfassung, in der Zusammenfassung. Okay? Short Version. Und dann Vers 12. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Also vorher sagt er, wir sind mitgestorben. Wir werden mitleben. Wir werden mitherrschen. Okay? Alles mit. All das werden wir mit Christus tun. Und jetzt sagt er etwas, was irgendwie hier nicht reinpasst. Denn das Nächste, was er sagt, ist, wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Was macht dieser Satz da? Der fällt völlig aus dem Kontextrahmen. Weil er redet ja von, hey, all das sind wir mit in Christus. Wir sind identifiziert in Jesus. Er redet von der Identifikation. Er redet davon, dass wir Jesus im Gedächtnis halten sollen, damit wir überwinden können. Von diesen Dingen redet er. Und dann der nächste Satz, werde es kurz dann nachher erklären, aber Vers 13, es geht im selben Takt weiter. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Also mit anderen Worten, er bringt uns in die Position, wo wir Jesus im Gedächtnis halten, wo wir Jesus in unserer Gedankenwelt haben und daraus erleben wir diesen wunderbaren Segen. Er ist für uns gestorben, wir sind mit ihm gestorben, er ist für uns auferweckt, wir sind mit ihm auferweckt. Wenn wir untreu sind, dann bleibt er treu. Halleluja. Was sucht dieser Satz? Wenn wir verleugnen, so verleugnet uns wir müssen ins Griechische zurück, damit wir das richtig verstehen. Denn siehst du, im Griechischen bedeutet dieses Verleugnen Widersprechen. Okay? Dieses Verleugnen im Griechischen hat die Bedeutung von Widersprechen. Jemandem zu widersprechen. Hast du das auch schon erfahren? Wenn dir jemand widerspricht. Lass es uns so lesen, wie wir es eigentlich im Grundtext haben. Im Englischen würde man sagen to contradict. To contradict. Also widersprechen. Okay? Lass es uns so lesen. Aus diesem griechischen Grundtext heraus. Jetzt haben wir ein ganz neues Bild. Nochmals Vers 12. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir widersprechen, so wird er uns widersprechen. Wenn wir widersprechen, so wird er uns widersprechen. Was geht es hier? Wir sollen im Gedächtnis Jesus haben. Denn was sieht Gott, wo immer er hinschaut, sieht er Jesus. Was möchte er? Dass wir genauso schauen wie er. Dass wir genauso sehen wie er. Deswegen sagt er ja vorher, haltet im Gedächtnis Jesus. Weil Gott Jesus im Kopf hat. Weil Gott Jesus im Gedächtnis hat. Und falls wir jetzt in einem schwachen Moment unsere Unwürdigkeit anschauen sollten, unsere Unzulänglichkeiten, unsere Fehler und uns das niederreisst und down macht. Und wir sehen eigentlich nur unsere fehlerhafte Seite als Menschen. Und wir sagen, aber Gott, ich bin so unwürdig und ich bin so fehlerhaft und ich bringe nichts auf die Reihe. Dann widersprechen wir ihm und er widerspricht uns sofort zurück. Und er sagt, schau dich nicht so an. Denn ich habe dir gezeigt, halte Jesus im Gedächtnis, nicht dich selbst. In dem Moment, wo wir nicht mehr Jesus im Gedächtnis haben, widersprechen wir ihm und er widerspricht uns sofort zurück. Und er sagt, ah, kommt zurück. Jesus, Jesus, schau auf Jesus. Denn, wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Sorry, das stimmt einfach nicht. denn Petrus hat den Herrn verleugnet, aber Jesus hat Petrus nie verleugnet. Sorry, stimmt nicht. Hat Petrus Jesus dreimal verleugnet? Hat Jesus danach Petrus verleugnet? No! Never! Im Gegenteil, er ging auf ihn zu, er brachte ihm all die Liebe entgegen. und als er ihn mit seinen liebevollen Augen anblickte, da brach Petrus zusammen und fing an zu weinen. Petrus hat dreimal verleugnet, aber Jesus hat ihn nicht verleugnet. Denn, wenn das so wäre, müsste auch der nächste Satz anders sein. Nochmals Vers 13. Dann müsste es auch heissen, wenn wir untreu sind, ist er auch untreu. Irgendwie passt dieser Satz nicht rein, stimmt's? Weswegen passt er nicht rein. Simpel und einfach. Wir gehen zurück ins Griechische und wir sehen die wahre Bedeutung von diesem Wort, was Widersprechen eben bedeutet. Und jetzt haben wir die Auflösung. Wir sehen, dass er uns wirklich eigentlich sagen will, schau dich konstant in Jesus an. Und falls du es mal vergessen solltest und irgendetwas wieder selbst produzieren solltest, dann widerspreche ich dir kurz. Und ich sage dir, geh zurück zu Jesus. Halte wieder Jesus im Gedächtnis. Schau wieder ihn an. Halleluja. Denn er kann sich selbst nicht widersprechen. Wenn er sagt, ich sehe Jesus und er sagt, ich will, dass du Jesus im Gedächtnis haltest, dann kann er sich in dem, was er da gesagt hat, nicht widersprechen. Das ist der letzte Satz hier, stimmt's? Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann sich selbst nicht widersprechen. sein Wort, das er gesprochen hat, das bleibt. Und es bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Da hilft er uns immer wieder. Halleluja. Weisst du, das sollte dich extrem beruhigen. Denn in dem Moment, wo wir uns oder auch vielleicht andere Menschen uns so anschauen, in unseren Fehlern und in unseren Dingen, die wir nicht auf der Reihe haben, sollte uns das soweit beruhigen, dass der Herr eigentlich sagt, ich schaue dich immer und darin widerspreche ich mich nie durch Jesus an. Ich schaue dich immer und darin widerspreche ich mich nicht. Ich schaue dich immer durch Jesus an. Wow. Halleluja. Also dieser süsse Duft von seiner grossen Güte weht auf jeder Seite in der Schrift. Dieser wunderbare Duft von seiner immer wieder auf uns zukommen, immer wieder seine Hände, sein Arm zu uns ausgestreckt, das sehen wir auf jeder Seite der Bibel. Halleluja. Also ein wunderbares aufschlussreiches wichtiges Element, das wir wissen müssen als gläubige Christen. Wenn wir untreu sind, bleib da treu. Er schaut dich immer treu in Jesus an. Immer. Halleluja. Das ist die Brille des Neuen Testaments, die wir aufsetzen. Heist dem Herrn. Hey, 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 hey. Kann hier jemand Amen sagen oder sagen einige Oh, Jemine. Er hat ein gutes Jahr für dich vorbereitet. Und deine Fehler werden es nicht verhindern. Deine Dinge, die du vielleicht nicht ganz alles richtig machst in diesem kommenden Jahr, werden seinen Plan und seine Pläne nicht verhindern. Okay? Weil er hat es vorher bestimmt. Halleluja. Und jetzt unser Glaube nimmt das in Besitz. Das war Schnee von unserer Membrane. Oder die Kinder rutschen von oben. Auch das könnte möglich sein. Sie haben eine Bob angemalt. Nein, ich denke nicht. Unser Glaube nimmt es in Besitz. Unser Glaube ergreift dies. Also, habe Glauben. Believe. Glaube, dass es ein gutes Jahr wird. Glaube für ein gutes Jahr. Denn dann erwarten wir es. Und jetzt macht der Herr es uns so einfach, es glauben zu können. Er macht es uns so einfach, es glauben zu können. Glaube ist nicht schwer. Okay? Glaube ist nicht schwer. Er macht es uns einfach. Schau dir das noch an, ganz kurz. Ich habe das gestern Abend am Gebetsabend mit den Leuten geteilt, in Matthäus im sechsten Kapitel. Da redet Jesus, wie wir beten sollen. Matthäus im sechsten Kapitel, Vers sieben und Vers acht, sagt uns Jesus, er zeigt uns auf, wenn wir beten, wie wir beten sollen. Okay? Er sagt nämlich im Vers sieben, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Es braucht gar nicht so viele Worte. Kurze Gebete sind starke Gebete. Und dann sagt er im Vers 8, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiss, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Du musst Gott nie überzeugen, was du brauchst. Denn er weiss es schon vorher. Er weiss bevor du ihn bittest, was du benötigst. Und man muss ihn nicht überzeugen, dass wir das benötigen. Oder dass mir das mangelt und ich brauche das oder ich habe Not. Wir müssen ihn nicht da beschwafeln. Deswegen sagt er vom Plappern. Wir müssen ihn nicht bereden und überzeugen, dass wir das benötigen. Weil er weiss es schon. Und genau weil er das gesagt hat, macht es das Ganze so einfach. Denn er möchte, dass wir bitten. Stimmt's? Denn er sagt ja, er weiss, was wir benötigen, ehe wir ihn bitten. Nun, das stellt uns aber, oder das leitet uns zur nächsten Frage, ja, wieso müssen wir ihn dann überhaupt noch bitten? Wenn er es schon weiss. Warum gibt es uns nicht einfach gleich so? Wenn er es schon weiss. Okay? Weswegen bitten? Simple Frage. Aber es ist auch eine simple Antwort. Und die Antwort ist eben leicht. Siehst du, Gott zu glauben ist nicht schwierig. Denn durch unser Bitten drücken wir gegenüber ihm unseren Glauben aus. Wir sagen, Herr, du weisst schon, diesen und diesen Bereich brauche das und das. Und deswegen bitte ich dich, er mag das zu hören. Er mag das zu hören, weil es ein Ausdruck unseres Glaubens ist. Und das macht es eben so einfach, dass wir auch das, was wir von ihm erbeten haben, erhalten werden. Weil er es schon vorher weiss. Dieser Satz ist der Garant, dass du alles erhältst, was du bittest. Denn er weiss es ja schon vorher. Und wenn wir ihn bitten, gibt er es uns. Radical Grace bedeutet radikale Gebetsänderung. Weil du Gunst hast, um zu bitten. Amen. Ich habe vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten die Serie gepredigt, Gunst um zu bitten. Und wir haben über Esther gesprochen. Als ein Bild für eine Person, eine gläubige Person, die ständig im Thronraum sein kann. Radikale Gnade bedeutet, wir müssen unsere Ansicht über Gebet radikal ändern. Weil das bedeutet, wenn wir Gunst von ihm haben, haben wir Gunst um zu bitten und von jetzt an werden alle unsere Gebete beantwortet. Keins mehr unbeantwortet. Ich mag es radikal zu sein. Wir steigen nicht mehr ins Gebet ein mit Ge-Sera-Sera. Wir steigen nicht mehr ins Gebet ein mit der Bilanz von den letzten zehn Jahren. Was haben wir erhalten, was haben wir nicht erhalten? Sondern wir steigen ins Gebet ein mit der Sicherheit, ich habe Gunst um zu bitten und weil ich Gunst habe, den Geist der Gnade und des Gebets habe und diese Gunst wie Esther vor dem König platzieren kann, streckt er immer sein Zepter aus und sagt zu meinen Bitten ja. Denn das Zepter ist Jesus. Halleluja. Weswegen würde er uns das sagen? Euer Vater weiss, was ihr benötigt. Gott ist ein Geber. Und Paulus sagt, er gibt gerne. Und wenn er sagt, ich weiss, was du benötigst, dann sagt er, ich will es dir geben. Bitte mich doch einfach. Und du sagst, Vater, bitte, das und das brauche ich. Und er gibt es dir. Hm. Halleluja. Weswegen weil er es dir geben will. Er hat es bereits vorbereitet. Er weiss, was du 2014 benötigst. Er weiss, was wir 2014 brauchen. Und er will es uns geben. Aber es braucht unseren Glauben, um es empfangen zu können. Und das beinhaltet, dass wir ab und zu den Herrn einfach bitten. Halleluja. Weil es ein Ausdruck unseres Glaubens ist. Ihn zu bitten, zeigt ihm, dass du richtig glaubst. Hörst du zu? Ihn zu bitten, zeigt ihm, dass du richtig ihm glaubst und vertraust. Weil, wenn du ihm nicht richtig glauben würdest, würdest du jetzt da sitzen und sagen, que sera sera. 2014 bringt, was es bringt. Und was immer kommt, das kommt. Das ist falscher Glaube, das ist ein falsches Gottesbild. Denn es sollte nicht einfach immer kommen, was kommt. Es sollte nur Gutes kommen. Und nicht Schlechtes. Es sollte Gutes kommen. Und falls Schlechtes kommt, Halleluja, haben wir die Kraft, um das zu überwinden. Und das aus Bitterem wird Süsses. Aus Bitterem wird Süsses. Er möchte, dass wir ihm bitten. Er möchte nicht, dass wir da sitzen und sagen, Gott, du siehst alles und du machst alles. Ich kann auschecken. Das falsche Gottesbild. Er möchte, dass du da siehst, da sitzt und dass du sagst, wow, danke, du möchtest, dass ich das habe, weil du weisst, dass wir das als Familie benötigen. Und jetzt bitte ich dich, Vater im Namen Jesu Christi, ich bitte dich, dass du uns das und das diesem Jahr gibst. Wir brauchen das. Und ich empfange es im Namen Jesu. Denn du hast gesagt, ehe ich bitte, weisst du, was ich benötige. Das ist mein Garant, dass du es mir geben willst. bist. Deswegen bitte ich dich darum. Amen. Wenn jemand an Weisheit mangelt, so möge er bitten. Und Gott wird ihm die Weisheit geben, weil Gott ist ein Geber, der gerne gibt. Halleluja. Er gibt gerne. Preis dem Herrn. Ist das nicht gewaltig? Also, wie wird dieses neue Jahr ein gutes Jahr? Es wird simpel und einfach ein gutes Jahr, wenn wir ein gutes neues Jahr erwarten. Unser Glaube streckt sich aus. Und unser Glaube ist der Zugang zu dieser grossen Gnade. Preis dem Herrn. Unser Glaube ist der Zugang zu dieser grossen Gnade. Thank you, Jesus. Aber, ihr kennt mich ja. Ich habe immer noch etwas mehr vorbereitet als eine Einleitung. eine 45-minütige Einleitung. Nein, ich will den Bogen heute wirklich nicht zu sehr überspannen. Und wir werden vielleicht sogar etwas früher fertig sein heute. Aber ich dachte mir schon, dass das etwas länger dauert. Deswegen habe ich auch noch nächsten Sonntag eingeplant und allenfalls sogar noch einen dritten Sonntag. Okay? Aber ich möchte fünf Gründe mit euch teilen. Fünf Punkte, wie das neue Jahr besser wird als das alte. Okay? Und ich denke, wir haben einfach nur noch Zeit für diesen ersten Punkt heute. Okay? Und wir nehmen uns Zeit, zu lange reden, ich will aber auch nicht zu kurz reden. Okay? Also, schauen wir uns diesen ersten Punkt noch an heute. Fünf Punkte, wie das neue Jahr besser wird als das alte. Vorgelegt haben wir es mit Glaube erwartet. Okay? Erwartest du? Dann glaube ich, dass diese fünf Punkte hier dir auch noch etwas helfen werden. Dass dieses neue Jahr ein gutes Jahr wird. Halleluja! Römer 9 Vers 15 Und in den letzten Wochen zieht es mich immer wieder auf diese Stelle hier zurück. Manchmal bleibt man ein paar Wochen auf einer Bibelstelle. Und man erwähnt sie immer wieder. Weisst du, was ich bemerkt habe? Dass meistens, wenn man etwas einmal sagt, es meistens gar nicht so sehr registriert wurde. muss es etwa fünfmal wiederholen. Bis es auch wirklich hängen bleibt. Also hat mich daher wirklich auch entspannt in den letzten Jahren. Und ich brauche nicht immer eine brandneue Message oder Predigt zu haben, sondern es hilft einfach generell, gewisse Dinge ein paar Mal zu wiederholen, bis sie hängen bleiben, bis sie registriert sind. Okay? Bei mir geht es genauso wie euch. Deswegen sage ich das, was Paulus sagt, seid mir nicht böse, wenn ich immer wieder dasselbe schreibe, also sage, sondern freut euch im Herrn. Amen. Römer 9, Vers 15. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Jedes Mal, wenn du das Wort siehst, ich bin, dann siehst du Gottes Monument. Ich bin's, hat Jesus gesagt. Und alle Soldaten fielen zu Boden. Mose bat den Herrn, der sagte, was soll ich den Israeliten sagen, wer mich geschickt hat? Ich meine, soll ich einfach sagen, Gott, was soll ich sagen, Gott? Und Gott sagte, sag ihnen einfach, ich bin, hat ich und erkläre ihnen einfach ganz kurz, ich bin der, der euch befreien wird. Denn das ist das grosse Wort, ich bin. Ich bin bedeutet eigentlich, er will für dich all das sein, was du brauchst, was du benötigst. Ich bin dein Befreier. Ich bin dein Retter. Ich bin dein Heiler. ich bin dein Versorger. Ich bin, ich bin, ich bin. Du fügst ein. Siehst du, ich bin ist eigentlich ich bin und dann kannst du einfügen, was er sein muss. Das will er sein. Simpel und einfach. Ich bin bedeutet, du füllst den leeren Teil aus, was er für dich sein soll. Und jetzt, als er Moses schickte, setzt er dieses Monument sein Name. I am. Ich bin. Und jetzt jedes Mal, wenn wir ich bin sehen, dann sehen wir Gottes Zeitlosigkeit. Denn er sagte ja nicht nur ich bin, sondern er sagte auch, ich werde sein, der ich sein werde. Also das bedeutet, Gott ist vergangen, gegenwärtig und zukünftig immer, it's always the same. ist immer dasselbe. Er ist dasselbe. Halleluja. Und wenn wir jetzt also ich bin sehen, dann sehen wir, das ist, was er bleibt. Wem ich gnädig bin, dem bleibe ich gnädig. Das ist, was er dir sagt. Er sagt dir und mir, hör gut zu, Gnade ist nicht nur einfach eine Runde am Glücksrad. Gnade ist etwas, das immer bleiben wird in deinem Leben. Halleluja. Ist das nicht gut? Gunst ist etwas, weil Gnade ist Gunst, Gunst ist etwas, das immer sein wird in deinem Leben. Wenn ich dir günstig gesennt bin, wenn ich dich begünstige, dann werde ich dich auch weiterhin begünstigen. Das ist, was es bedeutet. Ich bin zeitlos. Es bezieht sich eben auch auf die Zukunft. Dann sagt er, über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Auch hier. Er wird immer barmherzig bleiben. Halleluja. Das wird nie ändern. Er sagt zu dir, ich bin dir gnädig und ich bleibe dir gnädig. Das ist das allererste. Ich denke, das ist der allererste Punkt, damit dieses neue Jahr ein gutes Jahr wird. Und ich sage das wirklich ganz bewusst. Ganz bewusst, weil ich glaube, wir haben hier noch Potenzial. Oder du hast noch Potenzial. Das ist der erste Punkt. Ich sage es zuerst in Englisch. Und dann zeige ich es dir in Deutsch. Embrace grace. Embrace grace. Und jetzt zeige ich dir, embrace auf Englisch bedeutet. Halleluja. Und ich schaue mein Opfer an. Komm mal zu mir. Ich muss jetzt ganz ruhig bleiben. Was ist embrace? Das ist embrace. Umarmen. Okay? Embrace grace. Simpel und einfach. Danke. Umarme Gnade. Umringe, umschlinge Gnade. Grace macht nicht den Fehler. Das ist ein gutes Beispiel. Mach nicht den Fehler, den Abraham machte. Siehst du, Sarah und Hagar stehen für zwei Bündnisse. Denn im Galater 4 sagt uns die Bibel, dass die zwei Frauen für zwei Bündnisse stehen. Ich glaube es ist Vers 25, 24, ganz genau. Die zwei Frauen stehen bildlich für zwei Bündnisse. Hagar steht für den Bund des Gesetzes. Sarah steht bildlich für das Bündnis der Gnade des Neuen Testaments. Also Sarah ist ein Bild für den neuen Bund. Okay? Und mach nicht den Fehler, den Abraham machte. denn Sarah ist Abrahams Ehefrau. Grace sollte so intim sein, dass wir es umarmen können. Grace sollte etwas ganz Intimes, Zentrales in unserem Leben sein. Aber Abraham machte den Fehler, dass er zeitweise seine Grace als seine Schwester ausgab. Und das verursachte Probleme. Mach Grace nicht zur Schwester. Halte sie als Ehefrau. Halte sie im Zentrum deines Lebens. Halte sie im intimsten Bereich deines Lebens. Mach sie nicht einfach zur Schwester Lehre. Mach sie zur Wife. Zur Frau. Und das ist simpel und das. Das bedeutet embrace Grace. Halleluja. Umarme diese wunderbare Tatsache. Denn wenn wir das umarmen, umarmen wir umarmen nie eine Theologie, sondern immer eine Person. Amen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das sehen, dass das der erste Schritt ist vom Fünf, dass dieses Jahr ein gutes Jahr wird. Das sind wieder solche Schlagwörter, wie Grace has a face. Embrace Grace. Kann man sich einfach merken. Passt auch zusammen. Es reimt sich. Simpel und einfach. Das sind die simplen Dinge in unserem Leben, die es ausmacht. Deswegen sage ich das. Nicht, weil es meine Lieblingslehre ist, sondern weil ich einfach erfahren habe. Wenn wir das tun, dann haben wir ein viel höheres Bewusstsein von Jesus in unserem Leben. Dann haben wir eine intimere Beziehung mit Jesus in unserem Leben. Dann ist unser Bewusstsein von Christus nicht mehr theologisch, sondern Fleisch und Blut, Gott wurde Mensch, wird für uns im geistlichen Bereich auch greifbar. Weil Jesus Gottes grosse Güte verkörperte wie kein anderer Mensch Mensch dieser Erde. Er verkörperte Gnade wie kein anderer Mensch auf dieser Erde. Jesus sagte, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, wer mich gehört hat, wer meine Handlungen beobachtet hat, hat die Handlungen des himmlischen Vaters gesehen. er hat das gehört, was der Vater reden würde. Wer mich anschaut, sieht ihn. Er sieht den Vater. Unser Gottesbild definiert sich eben nicht einfach nur durch das Alte Testament. Unser Gottesbild definiert sich durch die Person Jesu. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn anschauen. Halleluja. Dass wir immer auf ihn achten und auf ihn schauen. Halleluja. Nun, das ist der erste Punkt und ich glaube, wir können sagen, das reicht für heute. Weil Embrace Grace bedeutet, den Zugang im Glauben zu finden. dein Glaube streckt sich danach aus und umarmt Jesus Christus. Aber wenn wir das tun, das erwarten in unserem Inneren, dann haben wir einen grossen Schritt schon gemacht, dass das neue Jahr ein gutes wird. Klebe an Jesus. Häng dich an ihm. Das ist, was es bedeutet. Lass nicht ab von ihm. Lass nicht los von ihm. Embrace Grace. Halleluja. Reist dem Herrn. Damit wir nächste Woche einfach vorwärts kommen. Ich gebe dir einfach die fünf Punkte. Du kannst sie dir aufschreiben. Einfach nur die Haupttitel hier von den fünf Punkten. Und dann werden wir nächstes Mal Zeit nehmen in diesen Punkten. Also Embrace Grace ist das Erste. Umarme Gnade. Das Zweite ist, vertraue nicht auf deine eigenen Fähigkeiten. oder deine Qualifikationen oder Stärken. Das ist das Zweite. Vertraue nicht auf deine eigenen Fähigkeiten. Das Dritte ist, spiegle dich konstant im Wort. Das ist das Dritte. Spiegle dich konstant im Wort. Okay? Das Vierte ist, don't worry. Don't worry. Sorge dich nicht. Don't worry. Und das Fünfte ist, bete im Geist. Pray in the Spirit. Und da werden wir dann schauen, das ist interessant, der Erste und der fünfte Punkt, der geht nämlich zusammen. Der erste Punkt embrace grace. Wir werden dann später sehen, nächste Woche. Beim letzten Punkt hier, bete im Geist, wenn wir in neun Sprachen beten, dann umarmt uns der Heilige Geist. Denn im Griechischen bedeutet das Wort fallen, der Heilige Geist viel auf die Menschen, bedeutet umarmen. Also so wo es beginnt, schliesst es. Halleluja. Aber wir werden uns genug Zeit nehmen. Okay? Für diese Punkte und praise the Lord, wollen wir den Herrn zum Abschluss noch ehren mit unseren Gaben, die wir mitgebracht haben, die wir bereit haben. Thank you Jesus. Eine Stelle möchte ich hier vorlesen aus Galater aus dem sechsten Kapitel Galater 6 Vers 9 Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten und Vers 10 So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, in allem Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Suche Momente in deinem Leben, wo du anderen Menschen segnen kannst. frag den Herrn, bitte ihn, Herr, wen kann ich segnen? Wem kann ich etwas Gutes tun? Denn dieser Lebensstil des Gebens ist einfach das, was dich happy macht. Und immer wieder den Herrn fragen, Herr, gibt es heute eine Person, die ich ganz speziell segnen kann? Und der Herr wird dir etwas zeigen, wird dir jemand zeigen. Halleluja. Denn schenken und geben. ist seliger als nehmen. Da gibt es Zeiten, wo wir, vor allem die, die im Beruf und im Arbeitsleben sind, wo wir verkaufen müssen. Aber damit wir einen Balance haben, von all dem vielen, wo wir verkaufen, müssen wir unser Geben aufrechterhalten. Weil sonst bist du nur im Verkaufmodus. Und ich rede auch von uns Männern. Wir sind viel, wir sind in Dienstleistungsbereichen, in Produktionsbereichen, etc., etc. Wir haben viel mit Verkauf zu tun, wir Männer. Okay? Auch Frauen selbstverständlich. Aber siehst du, wir verkaufen so viel in unserer westlichen Welt, dass wir die Balance halten müssen. Jesus hat gegeben. Halleluja. Und diese Balance müssen wir halten. Denn weisst du, wo das endet, wenn wir nur auf Verkauf getrimmt sind? Ich gebe dir ein kurzes Beispiel, wo es endet. In unserer Gegend, wir wohnen in einer schönen Gegend, wo es ein paar Einfamilienhäuser hat. Und dort spazieren wir immer ein wenig durch, wenn wir mit unseren Kindern oder so rausgehen. Oder schlitteln gehen, was auch immer. Und da gibt es einer von diesen, das ist nicht ein direkter Nachbar, aber ein Quartier Nachbar. Ich kenne die Person gar nicht. Scheint ein lieber Kerl zu sein. Aber wenn wir einfach an seinem Garten vorbeilaufen, dann hat es da immer ein paar Sachen draussen. Zum Beispiel diese letzte Woche waren da ein paar alte Skischuhe draussen. und angeschrieben zu verkaufen für 20 Franken. Solche Dinge sollte man nicht verkaufen. Schenk sie jemandem. Gib sie jemandem. Mach nicht aus jedem Ding ein Geschäft. Glaube dem Herrn, dass er dir ein paar neue Skischuhe gibt, weil du sie gesät hast. da gibt es Zeiten, wo wir verkaufen sollen. Aber da gibt es auch Zeiten, wo wir säen sollen. Das nächste Mal, wenn wir durchgehen, sind ein paar alte Skier da. Wirklich alte. Wirklich alte. Wir reden hier nicht von Carving oder Modern. Wir reden hier von solchen Skieren. Zu verkaufen, 15 Franken. Ich sage dir eins, wenn wir alles verkaufen müssen, was wir im Keller finden, ist das der Weg zur Armut. Lerne zu säen. Lerne zu geben. Halleluja. Aber wir haben auch einen anderen Nachbarn. Der stellt ab und zu seine Dinge auf den Platz. Letztend hatte er seinen schönen Schreibtisch, Kinderschreibtisch. Und er hatte einen Zettel drauf. Und es stand da zu verschenken. Zum Mitnehmen. Halleluja. Was meinst du? Was war schneller weg? Lass mich so formulieren. Welche Skier stehen Saison für Saison im Garten zum Verkauf? Welche Skischuhe stehen Saison für Saison dort? Und welcher Tisch ist innerhalb von 48 Stunden weg? Da gibt es Zeiten, wo wir verkaufen sollen. Da gibt es aber auch Zeiten, wo wir uns ganz bewusst trainieren müssen, überwinden müssen, zu schenken und zu geben. Halleluja. Preis dem Herrn. Und das ist so ein wichtiger Aspekt, damit wir die Ballast haben. Weil wir verkaufen schon genug mit unseren Geschäften, mit unseren Lieferanten, wir verkaufen schon genug. Halleluja. Und so halten wir die Ballast. Praise the Lord. Und nun, dieser Mann hat mich gesegnet. Nun, ich habe den Tisch nicht mitgenommen, weil wir keinen Tisch brauchten. Aber dieses Herz, diese Einstellung hat mich gesegnet. Einfach dort vorbeizulaufen, vorbeizugehen, war ein Segen. Einfach zu sehen, wow, da gibt jemand wirklich etwas Schönes mit. Man muss nicht immer alles auf den Platz stellen. Man kann auch Dinge jemand anrufen und sagen, hey, kannst du was brauchen? Und du sagst, ja, was kostet das? Du sagst, gar nichts. Weil, ich kann es dir gerne geben. No problem. Halleluja. Das ist die Freude, um die es geht in unserem Leben. Diese Freude ist grösser in den Händen zu haben. Denn eine 20er-Note ist schnell ausgegeben. Aber der ewige Wert vom Schenken wird dich zum Nächsten führen. Halleluja. Und das Nächste, was wir verschenken, ist vielleicht nicht ein Schreibtisch, sondern ein Kinderbett. Und das Nächste, was wir verschenken, ist vielleicht nicht ein Schreibtisch und ein Kinderbett, sondern ein ganzes Kinderzimmer. Amen. Sehe immer den geistlichen Wert dahinter. Weil jedes Mal, wenn du etwas säst, wird der Herr auch dir etwas weiterhin dazutun, nicht nur in Ernte, aber auch in einem weiteren Schritt. Ein Etwas gesät ist immer zugleich der Schritt zum weiteren Säen. Okay? Wo Verkaufen doch eigentlich nur immer der Schritt ist für mehr Geschäft, für mehr Business. Aber der Schritt des Säens ist ein Schritt von weiterem Säen. Darin können wir auch zunehmen, im Säen. Halleluja. Preis dem Herrn. Deswegen sagt er, lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, allen etwas verkaufen. Nein, etwas Gutes tun. Und hier hat es ein Preisschild 0 Franken. Besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Es gibt immer zwei Seiten. Es gibt einfach Menschen zu segnen generell. Aber es gibt auch Geschwister zu segnen. Halleluja. Deswegen suche Menschen. Wenn die Menschen aufs Herz gelegt werden, hier in dieser Gemeinde, hey, just bless them, mit was es auch immer ist. Nächstes Jahr haben wir grossartige Gelegenheit, wenn wir unsere Grace leicht führt dich daher, jemanden ein ganzes Schuljahr zu zahlen. Oder eine Monatsrate zu zahlen. Amen. Oder eine Halbjahresrate zu zahlen. Was auch immer. Gott tut solche Dinge. Ich habe solche Dinge zu Haufen erlebt. Menschen gingen in die Bibelschule, weil ihnen das ganze Jahr bezahlt wurde. Wo sie sonst nie hätten gehen können. Bei dir war es so? Bei wem war es sonst noch jemand hier? Bei dir war es so? Halleluja! Danke Jesus! Bei euch auch? Bei dir auch? Halleluja! Ist es nicht gewaltig? Dass Menschen können Dinge tun, einfach weil andere investieren in sie? Deswegen sagt er das. Lasst uns an allem Gutes tun. Lasst uns Gelegenheiten finden. Halleluja! Denn Gott wird sie geben. Lass uns aufstehen. Genug geredet für heute. Hoca? Ich